ja wir mal gerade mal weiter ich denke da wird es nicht leider geht es nicht lang ich packe kurz noch Eisenzeug weg ich nehme es gerade mal mit ich habe noch genug Platz die Brücke ist am Arsch ja wir laufen hier links vorbei geht es runter wo ist alles links? Links ist da links ist da oder Daumen rechts ist ja wenn ich weiß wo rechts ist dann kann ich zwei linke Hände Dreh die eine Hand um dann wird leichter jetzt hab ich jetzt hab ich ah hier geht's und ich sehe es ist ein Zeug der Seite ihr Neff wenn du schmeißt eine ein Schwert auf dem Boden guck wo es liegt siehst du es? ich nehme an dass du den Schwerst hier runter ich nehme an der Fehler wurde durch die letzte Teleportation ausgelöst ah da runter ja ok merci merci boah das war knapp es ist so dunkel mir dunkelt etwas sagt mir wenn ihr an der verfickt langen Treppe seid oh nein sind wir schon also ich bin schon ich bin dann runterlaufen ich lauf schon noch die Treppe runter jetzt bin ich auf einer ganz dünnen umgeben von Lava da ja genau da bin ich auch das ist cool oh fach ja toll wieso wir denn von hier aus weiter ach da wärst du auch grad fast in die Lava gesprungen? ja alter das ist voll gemein gemacht wer hat diesen wer hat das gebaut? der sollte verprügelt werden wir wissen wer das gebaut hat ahhh Zombies stirb 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 ahhhh nimm dies und jenes und diesen überhaupt da war doch grad eine Hose du bist die Hose hinten ähh ich hab keine Hose also ich hab zwei Metallhosen Iron Leggings und die Iron Leggings Judgment Legg Dere du hättest deine Seelen nicht opfern sollen wieso? meint das kostet 20 oder? was kostet 20? wiederbeleben nein 10 ach dann ist ja alles in Ordnung ne oder verdammt seist du Hyperpixel 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 ich hab's geschafft das war vor einfach ein Zombie ich hab ihn gepult komm zeig mir was du drauf hast bitch ach ich seh die du bist ein Pfeilmeister du bist ein Pfeilmeister mit nem Feuerbogen ich will diesen Bogen gib mir diesen Bogen hat er dir was getroppt? nein ok mir auch nicht da hinten geht's schon wieder zum Heaven Shop oah wuuck 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 keine Schuhe mehr muss ich wieder gewöhnliche Schuhe anziehen und nen Helm hab ich auch nicht und aus meinem Kopf ragen 3 Pfeile warte mal ähm na fuck ich wollte ein Aero auf den Knochen haben aber ich hab sie auf den Kopf ok hier sind genügend Helmen wenn du brauchst in der der Kiste da welche? und Diamantschuhe aber die sind ziemlich tot Heaven Shop Teleportation also ich hab nur 228 Seelen von der ihr könntet euch was von der Dämonen äh von der Archangel Armor kaufen ihr habt beide genug Seelen denk ich ich falle hey wenn wir jetzt alle uns in den Heaven Shop teleportieren und wieder zurück dann ist der Bug vielleicht weg oh ja also dich seh ich jetzt seh ich dich auch wieder jetzt sehen wir uns wieder alle ich hab euch so vermisst Zero ich seh dich nicht doch verdammt ich dat ist so ein Müll ähm sonst Zero geh nochmal kurz raus und reconnecte das Archangel Short stopp wie geil von oben nach unten Tier 4, Tier 3, Tier 2, Tier 2 hat einer von euch noch Golden Nuggets? nein Zero 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 tun wir mal kurz den Gefallen Disconnecte und kommen wieder rein ok aber folglich was ist das? vom Ravens-Set jetzt jo macht das hier kostet natürlich cool gemacht das ist wirklich in diesem Streifen Disconnect und Multiplayer direkt jetzt hab ich nicht ich hab hier die ich hab eigentlich ganz gute ganz gutes Equip könnt ihr mich sehen? jaaaa Zero ich hab dich so vermisst komm mal her und knuddeln ich will nicht für dich knuddeln ich hab einen Lufenian Helm hier nimm mal das ist jetzt nicht unbedingt der beste achso ist das so ein Archangel ja wir schmeißen schmeißen wir alle Serotil mit Helmen voll ich brauch viele Kopfbedeckungen warte mal ich nehm hier den den ganzen normalen das ganze normale Iron Zeug nehm ich hier mal raus es tut mir jetzt furchtbar leid ich bin eigentlich niemand der unbedingt jetzt Sachen verschwenden würde aber ich weiß nicht was wir damit machen sollen es müllt einfach nur die Kisten zu fliegt! ihr seid frei! weißt du nicht ernsthaft grad ich schmeiß es gerade alles von der Klippe runter oh das sieht oh sie sind so majestätisch warum denken die dass wir denken dass Spinnnetze außen wie Wolken wir denken? was ist da passiert? oh mein Gott seit wann denken wir? ah das sieht ja schon cooler aus da oben ich bin mal wieder in der Hölle ihr seid hier noch im Himmel brummtsch ich guck hier mal grad ein bisschen weiter also in nächster Zeit kommt jetzt nicht unbedingt was mega episches ah da seid ihr Auf geht's meine treuen Kumpanen Jeruz in Medias Res was? mitten in die Dinge hinein das heißt ja wie kommt zur Sache Ah, okay. Au! Sterbicht, ihr Ausgeburten des Netas. Die droppen ständig Kohle. Ja, Kohle ist schon cool. Ja, Kohle hat was, ne? Oh, jetzt noch eine Iron Chestplate. Ein Pigman mit einer Diamantriston. Ich werde den Pigman töten. Ich habe den Pigman getötet. Was ist denn? Was ist denn Keks verdient? Fall Defender hatte mir getraubt, aber meine dämonische Legplate ist besser. Ah, ihr habt Wutter übersehen. Ein Wutterskelett. Ich habe es. Es ist eine Wand, es ist unbewaffnet. Bewaffnet. Es hat einen Bogen. Ja, es ist so unbewaffnet, dass es schon wieder bewaffnet ist. Ich hasse dich. Ich bin ja jetzt drauf zugerannt, weil ich dachte, das wäre schwach. Und das sind noch mehr. Ich schub sie in die Lava. Dann looten sie nicht. Ach, das bist du. Ich habe dann auch die geschlagen. Oh. Da hinten fängt eine fette Nederfestung an. Eine Fete. Eine Fete. Eine Fete Nederfestung. Wie ein Fett. Das ist gar keine Tür. Ich bin so doof. Warte, Moment. Gucken wir erstmal noch, was da hinten ist. Vielleicht ist da noch was. Ah, hier dürfte es gleich wieder einen Bosskampf geben, oder? Nee, nee. Da ist nichts. Hier ist Feuer. Ich habe da ständig so ein Serothel im Gesicht. Ich bin aufdringlich und ich will Liebe. Koragor. Was ist denn ein Koragor? Du weißt nicht, was ein Koragor ist? Oh, natürlich. Alter, jeder kennt Koragor. Hauen wir mal drauf. Starting Boss Fight. Was für ein Boss jetzt schon wieder? Oh, shit. Wenn ein riesiges Monster aus der Lava kommt, dann feiere ich die Karte so. Das wurde ja ohne Mods erstellt. Ich nehme... Das ist Koragor. Äh. Wo? Wo? Ah, dieses Monticht da. Dieses Gebilde. Das soll ein Monster darstellen. Boah, geil. Ach, ich scheiße. Warum war ich auch rein? Boah, fuck it. Na, klasse. Ah, nein. Nicht wieder. Es ist die Brücke verschwunden. Was zum... Oh, ich muss in Bewegung bleiben. Bleibt in Bewegung. Deshalb hat es bei euch einen Kopf? Ja. Ach, der hat... Der hat bei mir gerade nicht geladen. Wow, das ist ein... Das sieht aus wie Zeus. Wie kann ich schießen? Wie kann ich gegen ihn kämpfen? Ähm... Incoming, avoid being on the platform with the lights. Ah, okay. Die mit dem... Die mit dem Licht... Schnell hier rüber! Linker Arm. Ach so. Wir müssen da... Wir müssen auf die Knöpfe... In seinen Handinnenflächen und Armen schießen. Sehr schön gemacht. Scheiße. Ich habe im letzten Moment gesehen, dass da, wo ich stehe, natürlich jetzt die... Licht eingegangen ist. Achtung, das liegt natürlich das Licht an. Muss das Licht? Das ist Licht. Verdammt, seist du linker Arm. Verdammt. Yeah. Das war meine. Licht in der Mitte, Licht in der Mitte. Ich bin nicht in der Mitte. Oh mein Gott. Zero. Zero Deal. Zero. Oh, das ist das Falsche. Kommt, Leute. Wir können es schaffen. Außer wenn Zero jetzt voll mit seinem Namenszug ins Bild läuft. Ah, Licht. Ah, Licht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich bin nicht in den Namen gefallen. Licht. Wo? Nein. Wo? Oh nein. Ich habe es nicht. Nein. Nein. Ich bin nicht in den Namen. Ich bin nicht in den Namen. Oh nein. So langsam komme ich dahinter. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Ich bin nicht in den Namen. Oh mein Gott, die Licht. Boah, ich bin auf der sicheren Plattform, alles gut. Oh, gut hast ihn getroffen. Licht. Licht, 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 Licht. Licht, Licht, Licht. What the frick? Licht. Licht. Ich habe tatsächlich was getroffen. Oh fuck it. pflicht nein ich bin so scheiße schon wieder ich bin jetzt schon wieder tot ich hab keine Punkte mehr lol ach wie geil das ist so mega geil gemacht nein auch was killed by magic haha und er hat ihn abgehackt diese blöde haben wir ihn besiegt diese Drecks Quest 9 complete die immer weg immer weg verrecke kommt hier da geht's doch nicht nein 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 war closest ich bin neuernde Jahren Re närouft . e.k. ichublique er er land er hat jetzt gerade ein bisschen ein Problem. Wir sollten ihn nicht noch tief in die Scheiße drücken. Ey, ich lande immer gleich beim ersten Versuch, denn... Oh ja, ich hab's geschafft. Ja, das ist eigentlich ja nur schlecht. Entschuldigung. Ah, das war schön. Ich verwahr mal die Goldnights. Braucht jemand Schuhe? Nö. Ich hab keine da reingemacht. Ich nehm noch die Armor auf, für alle Fäller, die können... äh, für alle Fäller. Die ist blau, die sieht gut aus. Ja, die können wir später bestimmt mal brauchen. Auch wie wir alle. Egal. Ich warte auf euch, Terephilo, Van Coug, Nathaniel und Serothiel. Ich bin der einzige hier mit dem unlogisch langen Namen. Ja. Ja. Das werde ich ändern, sobald die 1,6 da ist. Ich sag's, ach... Wo ist hier? Jetzt sind wir hier oben. Jetzt sind wir hier oben. Was sollen wir denn hier machen? Was sollen wir denn hier oben? Oh, ich glaube, sollen in die andere Richtung. Oh. Ich frage irgendwie offensichtlich. Tja. Ich folge euch. Ja, ja, mach das. Äh. Boah, Drextreppen. Woah. Random Pickman. Random Pickman. Random Pickman. Random Rickman. Random Rickman. Random Rickman. Alan Rickman. Nein, mein schlimmster Albtraum. Es starb. Es starb. Es starb. Es starb. Verdammter Schreiber von schlechten Englischbüchern mit falscher Grammatik. Es starb. Lass ne Hose. Und Skelette. Und Feuer. Und Tod. Und stirb. Oh, es ist tot. So. Okay. Wär's für ne Pinkelpause? Ich brauch keine. Ich hab mich grad vor einem Boss vollgemacht. Was hat sich das gemacht? How clever. Ich nehm einfach die Treppe. Ja, weil du eine Pussy bist. Nein, weil ich schlecht mit Plattformen bin. Da 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 Da. Ne. Wir laufen übern. Übern. Yana Jones Musik wenn wir in Plattformen sind. Wird so lustig das alles dann später zu schneiden. Hier bei Un- Oh! Hier kommt jetzt endlich die Hexe. Wir drücken das Knöpken? Wir drücken das Knöpken! Wo ist Zero? Zero sucht euch. der aussie nach oben gegangen dass wir nicht findet knapp gehen starting boss fight in a bone laboratory I was waiting for you yes you can see your friend Victor is quite useful where is he open testing cell nice I'm trapped in the giant water tank you need to get me out of here um become this can for a gun it works you can't see me now scheiße the slack red or white charged creeper charged creeper charged creeper charged creeper break the glass of the four water tanks destroy the energy core how does he know how his trap works I turn break the glass and cast a case of an oh my god break the four glass tanks okay shit Tina bone using was? sie hat dich getötet? ich bin tot ja ich bin hier der einzige der noch voll konkret am Leben ist oh kacke boom oh shit destroy the energy cores ja ich nehm einfach mal an oh achso wir müssen die beacons da zerstören die leuchtfeuer auch ach fu ach wir sollten mal wieder die quests lesen wär vielleicht quite useful was was ist das mit den hühnern hier Moment hier da da Die Fight Dynabones Experiments Archangelotanas Asher Das haben wir auch schon gemacht Ich werde es schaffen Ich bin vergiftet, ich schaffe es Sucht und vernichtet Dynabone in ihrem Laboratorium Und zerstört Die Energie Okay, steht das drin, bla 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 Beware of a cruel Creeper-Mind-Experiments Wir sollen uns vor ihren Creeper-Bienen in Acht nehmen Das Kommi ist echt früh Okay, was machen wir hier jetzt? Wir müssen noch den Chör hier zerstören Dann würde ich sagen, können wir uns den Leberkäs wecken Oh, da bin ich dabei Die Hexe ist da! Vernichtet sie! Alter, was ist denn das hier mit den Hühnern immer? Es sollte ein Gegengift-Zaubertrank geben Gibt es, man kann Milch kaufen Was? Man kann Milch kaufen Ah, man kann Milch kaufen! Mhm, echt? Darauf habe ich gar nicht geachtet Ja, ja, was ich so alles zu erkennen Ja, weil du als einziger im normalen Texture-Pack spielst Bei uns sieht das wahrscheinlich irgendwie seltsam aus Guck schon, guck schon, guck schon Ah, ich werde gleich sterben Ach, nee, nee Jetzt muss ich mich regenerieren Leute Scheiße Ich will nicht Zero-Til, du musst herhalten Ich hab'n Splash-Health Dann Splash-Health hat er sich Kommt alle her, ich hab'n Splash-Health, komm zu mir Alle zu Zero! Und Warum lirst du weg? Splash-Health Ne, Ferien, ich hoffe, du weißt, dass es deine Schuld ist Ja, sorry Ich hab' gedacht, dass wir uns Trinktrank Splash Er sagt noch, es wär Splash, oder? Egal, fütet einfach die Hexe Oh Sie- She deals too much damage Oh She'll be dead Ich stell mir grad epische Musik im Hintergrund vor, die ich auf die Nein Ich werd hier sowas Da 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 da! Nee we get some Da 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 da... Da 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 da... Da 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 So, ich hoffe... Da 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 da... ich habe immer so die Hälfte gelungen wenn die wenigsten lebensbalken weil Gott man geht endlich drauf wie viel Leben hat er eigentlich um das nicht angezeigt das ist nicht vor sozial ich stehe einfach hier hin und schick' weiter Pfeil in ihren Kopf wir hier sind schon hier und bearbeiten sie Hohohoho Triple Prenter Penetration um das klang leicht falsch das sollte auch so klingen take my sword sein langes hartes Schwert vor allem so schlag ich mit einer Keule nehmen m ich steig sie mit dem Helm ich schlage dich zum Hühnchen zum Brat Hühnchen ich verprüge dich mit Pfeilen take that Schnitzel die stirbt einfach nicht Halt die sich ständig nee ich will auch mal ran hier jetzt, jetzt Alter, wie schwarze ich nicht hier wird dann mit so langen, harten Schwertern ich krieg' sogar schon Schaden, weil ich sie so lang verprügele weil ich verhungern bin ja, warte mal wir fählen ja, penetrieren sie mal weiter, wir müssen sie schnell fressen okay, ich penetriere ich penetriere so hart ich kann oh mein Gott, wie viel Leben guck' ob ich irgendwas finde, was dieses letzte der hat gerade seine Jugendfreiheit verloren ja, ich werd auf ja, ich werd sowas von auf ab 18 ich geh mal hier kurz auf ähm warte die finden wir in, äh sell to the tower hier hier defeat diner bone da steht nichts a stone guardian has held villager children kept you inside als nächstes müssen wir so'n ein Steinwächter töten weil er irgendwie Babys oder so entführt hat ey komm, würdest du bitte mal sterben, du Miststück ah, da ist was, wo wir was reinwerfen müssen ja, sobald's den, den Schlüssel droppt shit vergiftung und schwäche, yay ja, mir geht's gar mit vergiftung so ich bin tot hey, ich bin hier beim Ding shit